Was geht ab, ihr Zocker? Und ja, das Schöne an Anfänger-Lobbys oder beziehungsweise Anfänger-Gameplay ist, da passieren immer die lustigsten Sachen. Und YouTuber zeigen euch solche Sachen meistens nicht, weil... Oh, ich muss immer mein Skill zeigen. Sonst kriege ich nachher schlechte Kommentare. Oder das Video wird nicht unterhaltsam. Nur Skill-Gameplay ist geiles Gameplay. Absoluter Schwachsinn im Übrigen. Nein, ich habe natürlich richtig was verkackt. Und das wird mir die ganze Runde nachgelaufen. Ich finde es mega unterhaltsam. Ich hoffe, ihr auch. Gönnt euch das auf jeden Fall. Und wir fangen erst mal mit einem losten Einspieler wie immer an. Und danach gehen wir zum Gameplay. Hast du neue Kleidung, Mikey? Ja, wir haben doch alle Kleidung. Die haben doch diese Pre-Order-Kleidung. Ich habe die doch auch schon an. Oh, mein Bogen. Tim hat da was vergessen. Nein, nein, hab ich nicht. So viele Videos. 10.000 Videos bei Pre-Order. Hast du noch gelesen, du kriegst da Skins. Was macht Tim? Hä, woran ist die Kleidung? Aber mich dann als Idioten darstellen wollen. Mensch, Basti. Aber gut, das muss ich ja nicht reinschneiden. Das schneide ich einfach raus. Ja, wir werden schon sorgen, dass es noch kommen wird in den Kommentaren, mein Freund. Unsere negativen Dinge, alle drin, Tim nur positiv stehen. Ja, so ist das ja richtig. Tim ist ja super pro und wir sind so voll in Noobs. Nein. Guck mal, was ich hier mit meinem Team habe. Nur so Noobs. Nein, sowas sage ich doch gar nicht. So, seid ihr bereit, Team? Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass mein Team seltsam ist? Wenn ihr mir nicht glaubt, der Clip beweist es. Jungs, Sex ist manchmal wie Capri-Sonne. Erst fummeln, bis der Strohhalm drin ist und dann spritzt alles überall rum. Wie war es gerade jetzt mit Out of Context irgendwie? Ich bin gerade auf Facebook. Oh Gott. Oh Gott. Wie alt bist du? Wollte ich gerade sagen, Alter. Hallo, da kommen die besten Bilder, ja. Ich bin älter als du. Facebook ist nur was für alte Leute. Achso, sogar für Tim nicht mal. Ja, selbst ich will das nicht mehr machen. Okay, jetzt kommt der 300 IQ Impostor-Move und ihr werdet diesen Move immer und immer wieder sehen. Der einzige Unterschied ist, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Und das wird mich die ganze Runde lang verfolgen. Ich hatte gerade für solche Sachen ab. Oh, ich bin aus hier gelaufen. It was at this moment that he nitty fucked up. Nein, ich habe mich verdrückt. Was machst du da? Das ist ein Glückwunsch, Alter. Ich war es nicht, ich war es nicht. Es war, das war nur Taktik. Ihr könnt mir auch helfen. Nein, du kannst sterben jetzt alleine, Bruder. Gönn dir. Och, Mann. Super, jetzt... Ich wollte markieren. Ich wollte markieren. Unser Fähigkeiten laden ich auf. Ja, Entschuldigung. Sieht, die sind tot, ne? Außer einer. Die wissen, wo ich bin. Ah, Hilfe. Aber ich lockse weg. Och, das sind auch welche. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Zieh dich lieber zurück, das wäre gesünder für dich. Jungs, wollt ihr mir helfen? Nein. Ah, die haben auch Alarm ausgelöst. Siehst du, ist alles gut. Der Robin Hood ist genauso da wie du. Ich bin gerade AC am Einnehmen. Alles gut. Ey, kommt Jungs. Er kommt. Einer ist weg. Komm her. Sieht vor uns, ist noch ein Hahn. Links. Ich habe keine Ausdauer. Wie viele? Alter, kommt. Ist das jetzt so ein Scheißerzt, Mann? Ist das so ein Scheißerzt? Ich weiß ja, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber das ist schon hardcore. Oh, ich habe einen Fein im Hohenkopf, ey. Oha, ich habe den Robin Hood gefunden. Ich habe unsere Feinde gefunden hier, die Toten. Ich habe den Robin Hood gefunden. Damn, du bist total ersch... Also, wir haben... Gegner, Gegner von mir, da oben, vorne. Ich habe Robin Hood getötet. Was soll ich denn machen, Dazi? Ich werde verfolgt. Soll ich jetzt kommen mit den 20 Leuten? Hast du da Bock drauf? Oh, fuck. Hunde, hör. Es sind drei Gegner bei mir. Ich habe Robin Hood und ich habe die Marianne gefunden. Ist das nicht geil? Ich versuche jetzt, ich versuche jetzt, A einzunehmen. Ich bin da oben auf dem Dach. Der Sheriff ist hier. Aber der hat sich gerade... Ich schriege auch, weil es gibt so eine Munitionskiste. Ah, ich bin tot. Aber ich habe den Sheriff zu den Baracken gelogen. Die haben Schlüssel. Die haben Schlüssel. Die bewegt sich zu schnell. Das ist der Sheriff, oder nicht? No! Ach doch, die haben den. Das bewegt sich zu schnell. Die haben den. Ich bin bei ihm. Ich sehe noch keinen Gegner beim Tor, Haupttor gegenüber Robin. Hast du gesehen? Oh, kletter doch hoch. Alter, das ist so... Alter. Toll, gut, die haben... Die sind, äh... Ja, toll. Los jetzt, Mann! Formulier das neu und 22 Worte oder weniger! Okay, A gehört uns. Ich habe C. Die haben B. Ich würde versuchen, B zu holen. Ich bin bei der Schatzkammer. Danke, bitch! Aber die Marianne hat mich. Die ist hier. Ich sehe noch einen Gegner. Oh, fuck. Stirb! Ich habe die Marianne. Aber die hatte nicht den Schlüssel, glaube ich. Ich versuche, B zu holen. Wo ist die Truhe? Wo ist die Truhe? Irgendwann später. Hab den Schatzträger. Da oben. Mach nichts, ist okay. Ist okay, okay. Beide sind tot. Oh, fuck! Die hat voll an der Leiter gecampt. Die ist oben bei mir. An meiner Sterbestelle. Die sind... Alarm! Alarm! Oh, Joga, Alter. Das ist... Warte, Alter! Ich spiele drei Viertel des Spiels nur als verfolgtes Arschloch. Mann, was soll die Scheiße. Ich spawn und werde schon verfolgt. Ich war jetzt entdeckt und konnte mich auch verstecken. Ja, du. Danke dir. Aber wir laufen 20 Leute hinter ihr. Ja, noch mehr. Ja, kommt, 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 kommt. Ich schlock euch von Mikey weg. Ach, kommt. Kann ich die Tür wieder zumachen? Nein. Bin ich jetzt weg. Hey, wie geht's? Als ob! Als ob! Das ist das erste, was ich mache, wenn ich aus der Tür komme. In den Busch gucken. Alles klar. Hey, Robin ist der Ding jetzt. Ich komme. Jungs. Ich bin jetzt außer... Ja, ich wurde komplett gefickt, Alter. Und als ob ich jetzt spawnt. Ey, komm. Wo bleibt die Arler? Hauptsache, frage ich mich, wo hat der Tim die ganze Zeit bleibt, Tim. Was machst du die Scheiße, Junge? Was machst du die Scheiße? Ich bin spawner und habe schon Gegner, weil ihr die immer alarmiert und die alle verprügelt bei B. Das kann nicht sein. Nein. Wenn einer alarmiert, dann bist du das, weil sie verfolgt den Alarm, der entdeckt wurde. Komm, Mikey, mal rauf. Kann ich ja nichts mitbringen, wenn du willst. Ist ja kein Problem. Habe ich null Probleme mit. Ich versuche jetzt... Oh, der Sheriff hat den Chokeslam. Da ist der Schatzträger. Er versucht, den Schatzträger zu bekommen. Kann er... Erheben. Headshot. Der ist tot, Tim. Die Marianne oder was? Der ist neben dir. Okay, ich nehme die Truhe mit. Ich gehe zum Bach. Da vorne ist ein Gegner. Au. Ich wurde abgeschossen. Hab ihn. Danke. Hier vorne ist ein Gegner. Der kommt mir jetzt gucken. Das ist ein Dicker, da kann ich nichts machen. Eine Elite? Nee, das ist keine Elite. Das ist ein normaler. Der ist geschehen, der Panzer. Der da hinten ist ein Elite. Ach, ich wurde abgeschossen. Scheiße. Oh, Scheiße. Hey, was macht der da auf einmal? Komm, Marianne, Alter. Das ist meins. Au, au. Das ist ein Problem, dass er jetzt da ist. Äh, Robin Hood ist... Ich sehe... Robin Hood ist sichtbar auf der Karte, ne? Ja, was denn? Was ist das? Warum treffe ich ihn nicht? Das kann doch nicht jeder ernst sein. Ich bin gleich an der Truhe. Hab die Truhe. Ich renne schnell weg. Okay, hab drin. Multi. Da ist einer. Ich finde. Oh, der Sheriff kommt. Ja, lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Lass ihn bei dir ist einer, der Robin Hood. Der hat noch nichts gemerkt. Ab einmal. 100 Gold. Da kommt einer. Robin, du, Robin, Robin, kommt. Ich bin auf Seite. Es rechts. Oh, die haben C geholt. Ich hol C zurück. Kannst du machen, wenn du willst. Ja, der C ist am nächsten. Ich werde vom Sheriff verfolgen. Wolle ich dir was erzählen? Erzähl mir das mal. Arbin, Tim, bitteschön. Oh, fuck, 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 fuck. Ich schlock den Sheriff weg. Tim, mach's noch vor dir direkt, ne? Ja, der Sheriff, ich weiß. Was ist denn? Hier, Sheriff. Noni. Komm, ich hau dir die Kugel in die Eier. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Er hat mich bekommen, ich weiß nicht, Herr O. Die Stille ist einfach. Ich habe sie auch bekommen, der hat sie... Er hat den Punkt nicht erwischt, ja. Ich bin ganz links. Die hole jetzt A und B. Ich hole die. Er ist tot bei der Winde. Ich finde. Au. Ich wurde abgeschossen. Der ist hier. Hab sie? Ach, der Robin holt, Alter. Er hat mich. Wir haben alles, Alter. Wir haben A, B und C. Oh, da hat er dann C. Ja, ich bin am Weg. Dem kannst du C einnehmen. Ich bin dabei. Hab die Baracken jetzt gleich eingenommen. Ja, ist klar. Die machen jetzt zu zweit sind die beide Winde. Ja, gut, dann lass den einen Kontrollpunkt checken. Ich habe gleich bei C. Hab. Ich bin am Weg. Da war eine Fähigkeit, da war eine Explosion. Jetzt müssen wir dinget. Den letzten Punkt müssen wir... Oh, nein, scheiße. Ja, die macht jetzt zu Ende. Hat sie nicht. Hab es geschafft, hab es geschafft. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Ich werde jetzt noch weit rauf gehen wahrscheinlich. Einer ist hier hinten. Ja, ich gehe mit der Winde. Ich gehe Deckung. Ja, gut. Ich gehe Deckung hier. Perfekt. Perfekt, mach weiter, mach hinterf. Ich schaffe das. Ja, Jungs. Ja, ja, ja. Wir haben es geschafft. Boah, Alter, das Spiel ist aber spannend, ey. Ja, Mann, das lief richtig gut. Also, dafür, dass die Runde am Anfang... ...dann aber witzig gelaufen ist. Bin ich damit sehr zufrieden. Und wie es weitergeht, das werden wir dann in den kommenden Gameplay-Videos sehen. Ihr sollt jetzt nicht vergessen, liken, hypen, abonnieren. Ihr kennt hier die ganze YouTube-Masche. Ich sage gleich noch Tschüss, bis dann und habt noch viel Spaß, die Leute zu beklauen.